Ich bin bereit für die Fan-Cover von Big Bang Fantastic Baby. Here we go. Oh Gott. Ich bin so ein Big Bang Fan, bitte nicht. Kommt zusammen, versammelt euch hier. We gon' party like li 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 la la la. Öffnet eure Herzen, entlehrt euren Geist, legt das Feuer. Li 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 la la la. Fragt nicht nach der Antwort, sondern nix hin, wie es ist. Gehe mit dem Strom. Alright. Wir gehen dem Himmel entgegen und nehmen beide Hände hoch. Wenn du herumhüpfst. Wow. Fantastic Baby. Oh mein Gott. I wanna dance, 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 dance. Ich glaube ich schon auch, nein. I wanna dance, 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 dance. Wow. Fantastic Baby. In diesem Wirrwarr bin ich am Zug. Hey. Die Erde wackelt und drei Minuten sind ich in für dieses Race. Catch me on fire. Der Richtige ist der Schien. Tanana na 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 na. Von alt bis zehn ist alles um ein Niveau weiter. Boah. Obwohl wir wie verrückt auf dem Sand herumlaufen, sind wir auf der Höhe. Der Himmel ist blau genug. Also stell mir keine Fragen, sondern fühle es lieber, fühle wer ich bin. Bringe in den Takt zu deinem Herzschlag. Bis diese Show vorbei ist. I can't baby, don't stop this. Heute vergessen wir alles. Wir drehen durch. und gehen. Man, diese Fan-Cover ist wirklich ohne Auto-Tune. Ey, was ist denn hier los? I wanna dance, 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 dance. Oh Gott, okay. I wanna dance, 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 dance. Wow. Fantastic Baby. Boom shakalaka. 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 Oh komm, jetzt komm's. Ah, dankeschön ey. So, irgendwie verbrette ich mich wegen dieser Fan-Cover ey. Das... Ach, das macht mich nicht gut, aber. Jetzt komm's. Nein. Von meinem Kopf und meinen ziehen gibt es einen sichtbaren Schock. Alle kennen meine Sinne. Sie sind einen Schritt vor. Ich bin schneller als die anderen. Eine ganz andere Art. Eis, 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 Warte. Na, 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 na. Springe in den Takt. Zu deinem Herzschlag. Bis diese Show vorbei ist. I can't, baby. Don't stop this. Heute vergessen wir alles. Wir drehen durch. Los geht. Los ohne geht's eigentlich. Ich hab' los auf der Untertitel. Wow. Fantastic Baby. Dance. Woohoo. I wanna dance, 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 da dance. Fantastic Baby dance. Woohoo. I wanna dance, 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 da dance. Fantastic Baby. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Dance, 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 da dance. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Dance, dance, dance. Lasst uns feiern Zusammen hochspringen Zusammen durchdringen Alle zusammen Wow, fantastisch, baby Okay, bitte nicht, ist das deutsches Fancover? Ihr könnt mir einfach einen Kommentar ausschreiben, ob ich den nächsten Reaktion-Video ein deutsches Fancover angucken, zum Beispiel wie es kommt das? Okay, das nennt sich auch Shiny Ring Ding Dong Ring Ding Dong oder wie er heißt Das könnt ihr mal hier in den Kommentar schauen, ob ich das gucke, ja oder nein Und ja, dann würde ich schon sagen, ich kriege den diese deutsche Mädels-Fancover ohne Autotune nicht mehr hin, ey, das ist doch unlogisch mit dem an mehreren Display und so weiter, aber ich fand's ein bisschen oder unten, das war ein bisschen, der echte Fantastic Baby ist eigentlich auch eine von den YG Entertainment, das ist auch richtig okay, also mit G-Dragon und Sai-Sung, Tai-Yan, ähm, Söngi und Top, das ist, wenn ich den Jungs, äh, fünfköpfige, ähm, Sänger, soll ich sagen, aber, mit dem Fancover, das ist ja auch ohne Autotune, Leute, ihr müsst auch bei City benutzen, wenn ihr Sänger seid, wenn ihr Sänger seid, dann benutzt das, aber, ist nur, ist keine böse Sache, aber da, wollte ich auch sagen, ja, würde ich mal sagen, das war's weiter mit dem Video, und wenn euch das Video gefallen hat, geht einfach hier unten, äh, da gibt hier, einen Daumen nach oben, dann schalt's mir hier unten in die Kommentare, und ja, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Freitag wieder, Euer Nahtoori, und bis zum nächsten Mal, Peace.